Hallo, schönen guten Abend zur Formel 1, hier ist endlich die Premiere, hat ja lang genug gedauert, jetzt ist sie da. Ihr wisst sicherlich schon eine ganze Menge, aber eigentlich sollte ja hier ein Dackel sitzen im neuen Trend des Tieres, aber der Produktion waren dann die Hundesteuern zu teuer und so haben sie mich genommen. Ich bin der Peter, also schönen guten Abend. Was euch erwartet sind sämtliche Neuzugänge in Deutschland aus den Top 75, ermittelt anhand von Media Control, außerdem die Top Ten aus England und Amerika und dann auch ein Videoüberblick aus einem bestimmten Land, jede Woche wechselnd, dann noch Hit-Tips. Ja und was das Wichtigste ist, die Sendung kommt jede Woche um diese Sendezeit. Ist das was, na? Und was ihr heute konkret seht, das könnt ihr dort erkennen. Reinhard Fendrich, Hoffmann und Hoffmann, Wendt, Whitesnake, Imagination, Willen, Michael Jackson, Mino D'Angelo, DeWine, Hubert K., Kersu-Jugu. Ja, ich seh schon, bei uns wird's jetzt sportlich. Ein Stück für alle aktiven Fernsehsportler, deren einzige Betätigung darin besteht, jeden Abend bei der Sportschau vor der Glotze zu sitzen und sonst gar nichts mehr zu tun. Das Stück ist nicht ganz neu, sondern etwas älter schon, aber jetzt wieder in den deutschen Verkaufslisten auf Platz 64. Vielleicht, weil er gerade auf Tournee ist, der Reinhard Fendrich mit Es lebe der Sport. Mutters Söhne allein, ich sitz da da bis in der Frur und schaut beim Boxen zu. Weil, wenn sie zwar in die Pappen hauen, stärkt es sein unterdrücktes Selbstvertrauen. Die Gesichter san verschwollen und blutig rot, genussvoll beißt er in sein Schnitzelbrot. Und geht dann endlich einer in die Knie, greift er zufrieden zu sein Bier. Es lebt der Sport, der ist gesund und macht uns hart. Er gibt uns Kraft, er gibt uns Schwung, er ist beliebt bei alt und jung. Wird ein Schiedsrichter verdroschen, steigen sie ihm ordentlich in die Goschen. Gibt's am meisten Schlägerin, er ist immer live dabei. Wer nicht sein Color TV, sieht er alles ganz genau. Weltcup-Abfahrtsläufe machen ihm ein bisserl müde, weil er ist abgebrüht. Wenn er ihm dabei irgendwas erregt, dann nur, wenn's einen ordentlich zerlegt. Ein Sturz bei 120 kmh, entlockt ihm einer Freude, hoppala, und liegt dein Körper regungslos im Schnee, schmeckt es zu richtig, der Kaffee. Es lebt der Sport, der ist gesund und macht uns hart. Er gibt uns Kraft, er gibt uns Schwung. Es lebt der Sport, Reinhard Fendrich, Dankeschön. Auf Platz 64 ist er noch nicht, sondern erst auf 74, aber das kommt ganz bestimmt noch, bin ich jedenfalls ganz sicher. Es gibt ja viele klassische Liebespaare, Romeo und Julia, Cäsar und Kleopatra, und wir haben noch C und A. Und jetzt gibt's in Deutschland ein neues Traumpaar, Hoffmann und Hoffmann. Und das ist der offizielle Grand Prix Beitrag für Deutschland, und er heißt Rücksicht. Ich kann nicht alleine sein, mit all den ungeklärten Fragen, was haben wir denn beide falsch gemacht? Und dennoch mag ich keine Menschen sehen, das Glück von anderen tut mir noch weh. Warum sind wir nicht früher aufgewacht? Wir waren wie verwöhnte Kinder, jeder dachte immer nur an sich. Einsicht. 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 Keiner hat das Wort gekannt. Und Nachsicht. Wie keiner bei dem anderen fand. Und Vorsicht. Das Lied zerbricht, was uns verbaut. Einsicht. 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 Dass jeder seine Fehler hat. Und Weißicht. Das Leben findet nicht nur heute statt. Und Vorsicht. Dass man den anderen nicht sagt. Musik. 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 Musik Waves And then goodbye I live in a way Within the dream I I can't cry You know that time Time's not kind But I remember The way we were Slow Slow sad love I wonder do you miss my life I know you can't It's just a wave Passing over me What are these waves They're coming over me It must be my destiny Waves Goodbye 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 Die Nummer 25 in England, Blanc Mange mit Waves, der zweite Hit für diese Gruppe. Viele von euch werden sich wahrscheinlich wundern, in welchem seltsamen Vehikel ich hier sitze und die Jüngeren werden es schon als fossil bezeichnet. Aber wartet mal ab, am Ende der Sendung haben wir noch ganz was Besonderes damit vor mit diesem schönen Stück hier. Bei uns gibt es jetzt einen Videoüberblick über die Top Ten in England. Wir werden jede Woche ein anderes Land vorstellen, jedes Mal die Top Ten aus diesem betreffenden Land. Heute die Top Ten aus England. Die Nummer 10, das ist Forrest, ein Oldie neu aufgenommen, Rub the Boat. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Auch die Nummer 9, neue Version eines alten Hits Bananarama, Nana, hey, hey, kiss him, goodbye. I love you Cause if he did, oh no, he wouldn't make you cry He might be feeling bad, because my love, my love So far gone waiting, so kiss him Let me see you kiss him, go on and kiss him God, goodbye, good at all Goodbye, na, 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 na Hey, hey, goodbye Na, 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 Schuld Das heißt auf Position 8, Orange Juice ist die Gruppe. When I first saw you something stood within me You were standing sultry in the rain If I could have held you, I would have held you Rip it up and start again Rip it up and start again Rip it up and start again Don't talk to me about love The number 6, Joe Boxer with the Boxer Beat Just keep the devil in hell Just keep the trains on the rails Just keep the stars in the sky And keep the money for sale Just let the evil ones walk And let the silent ones talk Just make the boss of the sea And the sad ones happy And you'll be doing the Boxer Beat And you'll be doing the Boxer Beat Boxer Beat And you'll be doing the Boxer Beat Boxer Beat Boxer Beat Boxer Beat Boxer Beat Boxer Beat Position schon Europe makes Sweet Dreams Sweet Dreams Sweet Dreams are made of the years Who am I to disagree And travel the world on the seven seas And everybody is looking for something Sweet Dreams are made of the years Who am I to disagree And travel the world on the seven seas Everybody is looking for something Sweet Dreams are made of the years Who am I to disagree And travel the world on the seven seas And everybody is looking for something Speak like a child Nummer vier The Style Council We're making nothing We're making nothing The way you're so proud to be All so free and so on I'm really making me speak like an A child I'm looking like a really speak like an A child I'm really making me speak like an A child We're so proud to be all so free and so on I'm really making me speak like an A child Platz 3 gehört Bonnie Tyler, sie ist wieder aus der Versenkung aufgetaucht, Total Eclipse of the Heart. Absoluten Sensationen. Hard Rock Bands haben es ja in letzter Zeit ein bisschen schwer, einige aber die haben sich was einfallen lassen und machen jetzt sehr, sehr schöne, ruhige Lieder, wie zum Beispiel David Cavadale and White. Nummer 45, ebenfalls ein Neuzugang in Deutschland und ebenfalls ein Video, alle Gruppen live zu bekommen, das schaffen selbst wir nicht, obwohl wir schon eine ganze Menge hier schaffen in der Formel 1, aber die Videos sind ja auch ganz schön. Imagination heißt die Gruppe Just an Illusion, war ihr erster Hit auch hier in Deutschland und jetzt gibt es das neueste, Changes. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 You've got your women all around All around this town But I was trapped in love with you And I didn't know what to do But when I turned on my radio I found out all I needed to know Check it out Last night a DJ saved my life Last night a DJ saved my life From a broken heart Last night a DJ saved my life Last night a DJ saved my life With a song Last night a DJ saved my life Last night a DJ saved my life From a broken heart Last night a DJ saved my life Das war's. Das war der Lebensretter vom Plattenteller in Dieb, die Nummer 15. Wie es weiter oben in Deutschland aussieht, das erfahrt ihr jetzt. Es gibt die Top-10-Platzierung in Deutschland. Von 9 auf 10 ging's runter für Eddie Grant Electric Avenue. Dann ein Riesensprung nach vorne für Geiersturzflug von 40 auf 9 Brutto-Sozialkrodukt. Madness geblieben auf der Nummer 8, Our House. Von 4 auf 7 gefallen The Flirts mit Passion. Und ebenfalls gefallen von 5 auf 6 Udo Lindenbergs Sonderzug nach Pankow. Phil Collins von 3 auf 5, You Can't I Love. Und von 2 auf 4 Peter Schilling, Major Tom. Bei uns ist Michael Jackson auf Platz 3. Von Platz 7 aufgestiegen Billie Jean. Nina mit ihren 99 Luftballons nur noch die Nummer 2. Und jetzt die Nummer 1 in Deutschland. Dafür haben wir uns was Schönes ausgedacht. Es gibt ja überall schöne Preise und Trophäen aus Gold. Aber sowas wollen wir nicht. Bei uns gibt's ganz was anderes. Wir montieren nämlich Woche für Woche und Stück für Stück unsere schöne kleine Isette auseinander. Und jeweils der Spitzenreiter bekommt ein Stück davon. Diese Woche eine wunderschöne Scheinwerferlampe. Vielleicht könnt ihr das lesen. Und wenn ihr es lesen könnt, dann seht ihr auch schon, welche Gruppe gewonnen hat. Nämlich Kershe Gugu. Leider konnten die Jungs nicht kommen hier nach München. Weil es war etwas knapp. Terminlich kann man nichts machen. Aber wozu gibt's die gute alte Post? Ich sehe gerade ein paar Ostereier. Ostern ist ja nun vorbei. Aber vielleicht hat der Osterhase die vergessen. Das Paket geht ab nach England zu Kershe Gugu. Ich sag euch Tschüss. Das war's für die Formel 1 für heute. Was nächste Woche dabei sein wird, kann ich euch überhaupt noch nicht sagen. Denn wir sind so aktuell. Das wissen wir erst ein paar Tage vorher. Also Tschüss, wir sind Kershe Gugu. Du bist too shy.